Ihr nun, höret das Gleichnis des Seemanns. Zu jedem, der das Wort des Königreichs hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt ihm das in sein Herz Gesäte. Dies ist, der an den Weg wird gesät. Der aber auf das Felsige gesät wird, dieser ist, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat nicht Wurzel in sich selbst, sondern ist wetterwendisch. Da aber Drangsal wird oder Verfolgung um des Wortes willen, lässt er es sich sogleich zum Freistrick werden. Der aber in die Dornen gesät wird, dieser ist, der das Wort hört, und die Sorge dieses Äons und die Verführung des Reichtums ersticken das Wort und unfruchtbar wird es. Der aber auf das ausgezeichnete Land gesät wird, dieser ist, der das Wort hört und versteht, der auf jeden Fall Frucht bringt und trägt, welches zwar hundert, welches aber sechzig, welches aber dreißigfältig. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen dar und sagte, Verglichen war das Königreich der Himmel einem Menschen, der edlen Samen säte in sein Feld. Da aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Taumelleuch darüber, mitten unter das Getreide und ging davon. Als aber der Halm keimte und Frucht trug, dann erschien auch der Taumelleuch. Es kamen aber herzu die Sklaven des Hausherrn und sagten zu ihm, Herr, siehst du nicht edlen Samen in deinem Feld? Woher hattest du ein Taumelleuch? Er aber entgegnete ihnen, Ein Feind, ein Mensch tat dies. Die Sklaven aber sagten zu ihm, Willst du nun, dass wir hingehen und es jäten? Er aber entgegnete, Nein, damit ihr nicht, wenn ihr den Taumelleuch jätet, zugleich damit das Getreide entwurzelt. Lasset beides zusammen wachsen bis zur Ernte, und zum Zeitpunkt der Ernte werde ich den Schnittern anbefehlen, jätet zuerst den Taumelleuch und bindet ihn in Bündel, um ihn zu verbrennen. Das Getreide aber sammelt in meine Scheune. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen dar und sagte, Gleich ist das Königreich der Himmel einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte in sein Feld, das zwar kleiner ist als alle die Samen, wenn es aber wächst, ist es größer als die Gemüse und wird ein Baum, so dass die Flügler des Himmels kommen und Unterschlupf finden in seinen Zweigen. Ein anderes Gleichnis sprach er zu ihnen und sagte, Gleich ist das Königreich der Himmel einem Sauerteig, den ein Weib nahm und verbarg in drei Metzen Mehl, bis das Ganze davon war durchsäuert. Dies alles sprach Jesus in Gleichnissen zu den Scharen und ohne Gleichnis sprach er nicht zu ihnen, damit erfüllt werde, das geredet ist durch den Propheten, der da sagt. Auftun werde ich meinen Mund in Gleichnissen, ausstoßen werde ich, was verborgen war, von dem Niederwurf an. Dann, als er die Scharen verlassen, kam er hinein in das Haus, und es kamen zu ihm seine Jünger und sagten, Kläre uns auf, das Gleichnis vom Taumelleuch des Feldes. Er aber sagte als Antwort, Der da sät den edlen Samen, das ist der Sohn des Menschen. Aber das Feld ist die Welt, der edle Samen aber, diese sind die Söhne des Königreichs, der Taumelleuch aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der sie sät, ist der Widerwürger, die Ernte aber, ist der Abschluss des Äons. Die Schnitter aber sind die Boten. Ebenso wie man nun den Taumelleuch jätet und mit Feuer verbrennt, also wird es sein beim Abschluss des Äons. Es wird der Sohn des Menschen ausschicken, seine Boten, und sie werden jäten, aus seinem Königreich all die Fallstricke und die Datunen die Gesetzlosigkeit und werden sie werfen in den Hochofen des Feuers. Dort wird sein das Jammern und Knirschen der Zähne. Dann werden die Gerechten hervorglänzen, wie die Sonne im Königreich ihres Vaters. Der Ohren hat zu hören, der höre. Gleich ist das Königreich der Himmel einem Schatze, verborgen im Felde, den ein Mensch findet und verbürgt und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, so viel, als er hat und kauft dasselbige Feld. Wiederum ist gleich das Königreich der Himmel einem Menschen, einem Händler, der da suchet edle Perlen. Als er aber eine wertvolle Perle findet, geht er hin, veräußert alles, so viel, als er hatte und kauft sie. Wiederum ist gleich das Königreich der Himmel einem Schleppnetz, geworfen ins Meer und aus jeder Art sammelnd, welches sie, als es voll geworden, hinaufziehen auf den Strand und sitzen und die Edlen auslesen in Behälter, die Faulen aber werfen sie hinaus. Also wird es sein beim Abschluss des Äons. Ausgehen werden die Boten und sondern die Bösen aus der Mitte der Gerichten und werden sie werfen in den Hochofen des Feuers. Dort wird sein das Jammern und Knirschen der Zähne. Versteht ihr dies alles? Sie sagen zu ihm, Ja! Er aber sagte zu ihnen, Deshalb ist jeder Schriftgelehrte zum Jünger für das Königreich der Himmel gemacht, gleich einem Menschen, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet, dass er aufbrach von dort. Und in seine Vaterstadt kommend, lehrte er sie in ihrer Synagoge, sodass sie sich verwunderten und sagten, Woher wird diesem diese Weisheit und die Kräfte? Ist dieser nicht des Handwerkers Sohn? Wird nicht seine Mutter Myriam benannt und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher nun wird diesem dies alles? Und sie ließen ihn sich zum Fallstrick werden. Jesus aber sagte zu ihnen, Nicht ist ein Prophet ungeehrt, außer in seiner eigenen Vaterstadt und in seinem Hause. Und er tat nicht viele Machttaten dort, um ihres Unglaubens willen. Zu jener Frist hörte Herodes, der Vierfürst, die Kunde von Jesus und sagte zu seinen Knechten, Dieser ist Johannes der Täufer. Er ward auferweckt von den Toten und deshalb wirken die Kräfte in ihm. Denn als Herodes dann den Johannes faßte, band er ihn und tat ihn auch beiseite in den Kerker, um der Herodia willen, des Weibes seines Bruders Philippus. Denn Johannes sagte zu ihm, Nicht ist es dir erlaubt, sie zu haben. Und als er ihn wollte töten, fürchtete er die Schar, da sie ihn hatten wie einen Propheten. Als aber die Geburtstagsfeiern des Herodes wurden, tanzte die Tochter der Herodias in der Mitte und gefiel dem Herodes. Weswegen er unter Eid bekannte, ihr geben zu wollen, was sie auch sollte bitten. Sie aber, vorgeschoben von ihrer Mutter, entgegnet, Gib mir hier auf einer Platte das Hauptjohannes des Täufers. Und es betrübte sich der König, aber um der Eid willen und derer, die mit zu Tüsche lagen, befahl er, es zu geben. Und hinsendend, enthauptete er den Johannes im Kerker. Und sein Haupt ward auf einer Platte gebracht und dem Dürnlein gegeben, und sie brachte es ihrer Mutter. Und seine Jünger, herzukommend, nahmen seinen Leichnam und begruben ihn. Und sie kamen und verkündeten es Jesu. Solange dein Herz schlägt, ist die Ausrichtung deiner Gedanken maßgebend, wofür du deine Energie und Zeit einsetzt. Es gibt Aufgaben und Probleme, die nur durch deine Anwesenheit gelöst werden können. Doch dafür musst du den Weg gehen, der für dich gemacht ist. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de